ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge starforge und wie ihr seht hat sich so ein bisschen was getan und zwar haben wir gesagt nach der letzten folge die ja sag mal suboptimal verlaufen ist in der wir einfach nicht gefunden haben was wir gebraucht haben zwar dieses dark meda shale dass wir diese runde ein bisschen monster killen und hat ja noch so viele plöcke hier übrig das war schon nur 17 und habe hier einfach schon mal so ein bisschen weiter gebaut jetzt gar nicht sonderlich viel habe hier einfach die wand weitergezogen den boden hier dann für den fabrikbereich komplett eingefärbt wie gesagt bett kommt hier noch weg noch eine weitere kiste gemacht da tun wir jetzt unsere werkzeuge die wir nicht brauchen rein habe hier hinten schon mal ein tor gemacht und will nämlich sozusagen ich weiß nicht ob hier irgendwo hier so in dem bereich auf jeden fall wie so ein cut machen und wo ich hier unser havership speedy reinpacken kann warum das tor so hoch ist ganz einfacher grund wenn wir hier einsteigen und ich hoffe das passt von der höhe das war jetzt einfach nur grob bemessen aber dass sie zu hause passt genau die finde ich nach der höhe gehen wie die das teil hat wenn wir ausgestiegen sind sondern nach der höhe dies hat wenn wir drin sitzen denn wir wollen ja auch mit dem teil rein fliegen und nein kommt zurück ja sehr schön genau die 17 blöcke behalten war tools packen wir jetzt gerade mal hier in die zweite kiste die wir angelegt haben machen wir gerade mal die tür zu denn wir haben noch nicht mal garagentore ich weiß jetzt nicht ob das von den maßen her stimmt ich hoffe dass die vier breit waren sonst müsste ich mir nochmal erklären wie ich hier blöcke upgraden dann entfernen kann ich weiß es nicht habe ich noch nie gemacht so was packen wir hier rein wir müssen auf jeden fall noch in jackson sie machen und so erst mal ganz wichtig graffin chill tool jan das wollen wir alles behalten ja das ist alles unrelevant die changern können wir hier drin lassen oder nehmen wir mal mit vielleicht benutzen wir auch spaß theoretisch können hier auch noch einfach die restlichen materialien rein wird die wir in der anderen kiste keinen platz hatten weil hier haben wir ja mehr als genug naja zack zack und hier drüben konnte doch auch noch hier genau was war das ne kribbel das ist ja wurscht das bruch ja keine sau würde ich sagen ziehen wir los aber unsere base die nimmt schon langsam form an das wird das wird hier dann irgendwo noch weiter nach oben oder das ganze mehr stöckig irgendwo in irgendeine richtung kann man das ja noch verlängern eventuell hinten raus oder was ja auch immer denn wir haben ja sozusagen jetzt hier die wand eingezogen und das ist ja ein abgetrennter bereich und wenn hinten dran doch ein raum ist das stört ja keinen sozusagen kommen dann nehmen wir unser gefährt und einmal schnell zum raumschiff ja das ist ja schon fast da außerhalb der radioaktiven zone wollen wir bleiben ich weiß nämlich nicht ob unser schiff da auch schaden nehmen würde oh oder tut es generell und ich habe da glaube ich einen fehler gemacht ich kann mich noch daran erinnern dass die liebe minias mir mal gesagt hat dass die beiden also er und der check losgezogen sind und ein buggy hatten und der war als sie zurückgekommen sind weg und eventuell hatten die nicht diese schutz spire wie auch immer protective spire wie auch immer so heißt das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant deswegen lassen wir das gute stück lieber mal da und laufen zu wo es ist ja nicht weit nehmen wir unterwegs noch ein bisschen was mit das war zwar jetzt nicht der regelwert aber naja genau hier die blöcke können wir mal auf platz 4 schieben ja die munition habe ich gerade schon gesehen hätten wir theoretisch auch da lassen können zumal ich ach nee können wir doch nicht weil die chain gun habe ich ja doch wieder mitgenommen das heißt die brauchen wir ich meine da hätten wir einen großteil da lassen können aber ah mein gott an die materialien zu kommen ist ja generell jetzt mit dem monolithium trill nicht das aller schwerste siehst du mal die haben wir vergessen zu machen will jetzt aber nicht nochmal zurücklaufen was brauche ich hier nochmal miet ok da können wir einfach ein paar fischer dann das ist kein problem da können wir erstmal so ein paar fischer hier außerhalb da sind wir doch schon beim raumschiff machen uns noch so ein paar spritzen zum nahrungsausgleich sozusagen wenn wir Hunger kriegen mal so eine spritze für zwischendurch und weiter geht's und tausend dank euch alle die die angefangen haben videos von mir zu teilen für die ganzen lieben kommentare und das ganze feedback die glückwünsche zu meinem geburtstag und auch die ideen was ich denn spielen könnte und ich muss euch sagen ich habe jetzt ganz unvoreingenommen zufällig über steam zwei spiele beziehungsweise ein spiel habe ich über die liebe flitzpiepe bekommen hat sie mich darauf aufmerksam gemacht das haben wir gestern mal angespielt und das ist ja so geil das werden wir sehr wahrscheinlich im koop einfach let's play und zwar handelt es sich da um battle block theater das ist so von der art her wie weiß ich nicht pixel jump and run mäßig total goldig gemacht und super lustig und ja da habe ich richtig bock drauf das hat total laune gemacht spiele ich auch mit einem controller wird auch empfohlen das kann ich euch beide wieder nicht doch doch genau und das zweite spiel das auch gestern im steam store auf der hauptseite gesehen und ich fand es ja irgendwie so keine ahnung geschmackst du diese richtigen in die games also nicht so sowas wie er weiß nicht keine ahnung es gibt ja so so halb Indie-Titel, wenn ich das mal so formulieren darf. Also die so viele Indie-Aspekte enthalten, aber halt ja auch so, ja das ist einfach so ein Mischmasch. Aber beispielsweise jetzt die Escapists. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Ich hab's mir auf jeden Fall zugelegt. War irgendwie, weiß nicht, 7, 8, 9 Euro oder so. Und hab da nur mal kurz reingeschaut und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir echt sehr gut. Werde ich auf jeden Fall auch let's playen, als Solo-Let's Play und ja, ich hoffe, wir werden da gemeinsam schaffen, aus dem Gefängnis auszubrechen und eine Riesenmenge Spaß zusammen haben. Ich hab auf jeden Fall richtig Laune auf das Spiel, weil es ist mal wieder was anderes, total, ich sag mal gemütlich, weil Grafik nicht aufwendig, Auge entspannt sich und das ist auch relativ simpel gehalten. Zumal die Aufgaben, die man doch dann zu machen hat, alles andere als simpel sind. Und man doch alles rausfinden muss, wie man vorankommt und so. Aber das sehen wir dann im Let's Play. Hier geht's auf jeden Fall erstmal weiter, noch ein paar... Wie ich es grad nicht treffen konnte. Fünf Shotgun-Amo, sehr schön. Hier hatten wir noch einen Kollegen. Aber jetzt, wir gehen gleich ins Raumschiff rein, denn da wollen wir ja ursprünglich auch hin. Okay, hier die Kisten, die nehmen wir natürlich nur mit. Das ist ganz klar. Hexcharge, Paintgun. Vom Plasma Flair war ja eben einer der Plutprints, äh... kenn ich noch gar nicht. Power Generator Minium, Titanium Plug, Iron Door. Selbst die Iron Door hatten wir, glaube ich. Ja, wohl, die Iron Door könnten wir gehabt haben. Ich gehe in der Fall grad nochmal jetzt, bevor wir reingehen, die ganzen... Ja, hatten wir doch. Aber auf jeden Fall brauchen wir hier das Garagentor. Das brauchen wir unbedingt. Sodel. Jetzt springen wir erstmal hoch und müssen dann gleich mal gucken, dass wir frühzeitig reinschauen können, bevor da hier wieder so eine Qualle auf uns wartet oder was auch immer. Sieht gut aus. Boah, so was mag ich ja gar nicht, aber... Das ist ein Scheiß. So, passt doch. Gott, ist da direkt so ein Scheißvieh. Muss ja nicht sein, oder? Grafine Trill, ah. Okay. Okay. Hallo. Specker Boot Garrisonor. Wenig spektakulär. Der Duttvieh haben wir gesehen. Ich will nur nicht, dass hier drüben auch noch eins ist. Oh. Ich hasse das, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich Schritte höre. Hover Ship Double, Hover Ship Basic. Das sind doch alles schon mal neue Blueprints. Combat Ammo, Chainsaw. Das ist jetzt weniger neu, aber ist ja egal. Grafine Stairs, Parotainer Fusion. Nochmal Double. Und... Was haben wir hier? Speck Up West, ne? Könnte zwar sein, dass wir das noch nicht hatten, aber... Das ist jetzt auch nicht so das Nonplusultra-Teil, ne? So, Raumschiff Nummer Uno haben wir durch. Dann siehst du mal, hier waren sogar noch ein paar Blöcke. Da hinten ist noch eine Kiste. Ja, gucken wir doch direkt mal. Da sind sogar vier Kisten. Den nehmen wir doch alle mit. Eins, da hinten war noch einer, hier war noch einer und hier hinten war noch einer. Hier. Eins, zwei, drei. Hier. Stimmt. Monolithschirm haben wir jetzt noch gar nicht so, äh... gefunden. Ein Double Barrel Shotgun. Ja, die besitzen wir, wie wir sehen können. Hier oben ist die Nummer vier, genau. Steel Block. Cement Ramp. Soul Rifle. Iron Door. Ich hätte gerne mal Garagentor aus Stahl, wenn möglich. Container Garrison, den haben wir schon. Hacking Device, bruchen wir nicht. Zumindest wüsste ich nicht, wofür. So, wir gucken auf jeden Fall jetzt hier mal, ähm... unsere ganzen Blueprints durch. So, ob wir da ja... Ja, wir hatten ja auf jeden Fall... Das war Hover Ship Double und... das Hover Ship Basic. Müsste hier auch noch irgendwo sind. Irgendwo. Da hatten wir das schon gelernt. Scheinst so. Aber Ship Double dürfte das mit der 2 gewesen sein, denn das hatten wir zweimal gefunden, ne? So, das heißt, wir haben jetzt hier unten... Genau, wir hatten wahrscheinlich... Ja, wir hatten, glaube ich, sogar schon alle, ne? Stimmt, ja, da war ja was. Rusty Assault Rifle. Was hatten wir denn jetzt Neues? Eine Sache. Eine Sache und die war... Ich weiß es nicht. Was war denn die eine Sache? Stimmt hier irgendwie... Stairs oder... irgendein Block oder so. Lass mal Charge. Ich kann's euch echt nicht sagen. Das gibt's gar nicht hier. Da haben wir auf jeden Fall einen... Fehler gemacht. Aber das ist nicht schlimm. Den Rest killen wir einfach noch hier draußen. Monster. Und zwar haben wir... Was heißt wir? Das war ja mein Fehler. Ähm, hab ich... Natürlich nicht bedacht, dass ich eventuell... mehr Materialien oder Blöcke mitnehme, um jetzt wieder mich nach oben bauen zu können. Guardian West. Was haben wir hier? Ist das Guardian West? Nein, das hatten wir noch nicht. Oh yeah. Das ist nämlich noch hier Speck... Ne, das ist sogar nur Service. Service Schmutz. Können wir schon wegschmeißen. Denn wir machen da einen Guardian, wenn wir zurück in der Base sind. Manolitium Ingets. Easy. Den haben wir ja noch massig. Titanium Ore. Hatte ich hier gern. So. Perfekt. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Oh, jetzt hat's aber auch meine Hose weggebrochen, ne? Hier liegt die Hose ziehe ich. Ja, komm, ziehen wir's einfach nochmal an. Ist der Wurscht, können wir immer noch wegschmeißen. Das war jetzt die Euphorie. Wir haben was Neues. Wir haben... Oh, Guardian. Oh mein Gott. Geil. Verdammt. Der war zu schnell weg. Perfekt. Kapitabau. Chainsaw. Die nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Damit wir aber eine andere Waffe benutzen. Die lade ich zwar trotzdem hier schon mal nach, aber... Wo bist du? Wahrscheinlich irgendwo im Boden wieder. Da ist noch eine Kiste. Ich seh der. Und da ist noch einer. Soltex Powder und Service Helm. Was willst du hier hinter uns? Was du wolle. Blast Charge, den haben wir auch schon. Hier im Boden steckt wieder so ein Vieh. Sehr schön. Den haben wir noch erwischt. Obwohl er nur so einen Stüppel rausgeguckt hat. Der wird leider nicht nach unten fallen. Ne. Der Monster. Genau. Der fliegende Augapfel. So kann man das nennen. Ihr Gedenken wird auch wieder langsam dunkel. Wir sind bei 19 Minuten. Ich mach mich mal zur Base. Guck, ob wir noch was gefunden haben. Und dann machen wir uns auf jeden Fall erstmal hier die... Graphene. Äh, Graphene. Jetzt wird laber ich denn hier. Wir machen uns hier die Guardian. Prost. Denn das ist ja nie verkehrt. Dann können wir gucken, was wir an Stein noch da haben können. Und direkt noch einfach... Beziehungsweise mach ich dann zwischen den Aufnahmen. Ein paar schöne Blöcke craften. Zum einen, um wieder in das Raumschiff zu kommen. Und zum anderen, um die Base weiter auszubauen. Auszubauen und zu erweitern. Aber schreibt auf jeden Fall mal drunter, was ihr von den beiden Spielen haltet. Wie gesagt, Battleblock Theater und, ähm, Die Escapists. Findet ihr beide auf Steam? Könnt ihr eure Meinung zu da lassen, wie ihr die Spiele findet? Ich find das so, beides so, so Indie-Games. So wieder diese Pixel-Grafik und Battleblock Theater. Wenn, wenn wir dieses Spiel starten und einfach nur das Intro euch zeigen. Also ich hab teilweise fast Tränen gelacht. Ist super lustig und total süß gemacht, das Spiel. Also, was heißt süß, das ist ja schon hier ein bisschen, weiß ich nicht, gemetzelt und so. Aber, äh, ist halt so Jump'n'Run. Total witzig. Und da passieren auch echt lustige Sachen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Das, äh, ist schon mal gewiss. Hier werdet ihr auf jeden Fall noch Schrägen vorne dran setzen. Denn, das sieht ja nix aus hier. Das ist ja, ah, nee, kann man nicht so lassen. So. Den Oschi laden wir hier mal nach. Dann brauchen wir hier Monolithium-Ingots. Gehen hier rin und craften uns unser Guardian West. Jetzt können wir auch die Käsekacke hier wegschmeißen. Und haben auch unser West an. Und, boah, wir sehen voll aus wie so ein Koloss. So. Ja, das Einzige, was wir noch brauchen, sind, ähm, Guardian-Hosen. Die haben wir nicht mal bei Spec Ops. Und natürlich brauchen wir trotzdem noch Garagentor. Denn aus Holz wollen wir das Ganze hier nicht gestalten. Mit Sicherheit nicht. Aber, naja. Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Da bin ich auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Und, ja, hier weiß ich noch nicht. Da wollte ich einfach mal wie so ein Guckfenster, wollte wir hier eine zweite Ebene auf der anderen Seite reinbauen. Oder hier, wer weiß. Dass man da so durchgucken kann. Das fände ich ganz toll. Eigentlich keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe gedacht, boah, machst du mal irgendwie, lässt du mal so was zum Durchgucken. Auf jeden Fall, genau. Schreibt runter, was ihr davon haltet, wie ihr die Base oder den Ansatz auf jeden Fall schon findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Weiterhin schön fleißig teilen, gucken und Spaß haben. Und jetzt hören wir uns noch zum Abschluss einmal Oh Yeah an. Und? Oh Yeah. Und damit macht's gut. Tschüss.